Hallo YouTube und Internet! Nanu, was will mal Stimme los? Mist, sorry. Völlig aus dem Konzept jetzt. Wir befinden uns auf der Karte Belgik Profonte und spielen natürlich LS15. Und ich bin gerade mal auf dem Weg, dass wir endlich mal den Kuhn mal reparieren lassen. Vielleicht mal drüber. Quatsch, Kuhn. Fendt? Nee. Fendt war es auch nicht. Ja, ist denn unser Ladewagen, der Schrott ist? Keine Ahnung. Ich kuhle nochmal drauf. Wird schon Hand raushalten. Und dann müssen wir hier mit zum Hof fahren. Mit dem Kramer. Und mal den Unimog. Wo dürft ihr es zusammen dengeln? Weil den würde ich heute gerne mal zum Einsatz bringen. Da ist der schöne Ladewagen. Der Jumbo von... Das ist peinlich. Jumbo ist natürlich immer von Pöttinger. Der ist repariert. Achso. Okay. Hat uns übrigens schon 8000 Euro gekostet, das Ding in Ordnung zu bringen. Gut, dann können wir ja den dann wieder abholen. Das könnte ja dann auch der Unimog machen, den rüberziehen. Wenn er dann erstmal wieder anläuft. Ich habe ja hier hinten eine Reparaturkiste drauf. Mit dem können wir den notdürftig reparieren. Und... fahren wir dann halt hier mehr schlecht als recht hier rüber. Was mir gerade einfällt, wir müssten eigentlich dringend nochmal das Feld jetzt drücken. Ich bin mir echt... Warte mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, das ist nicht gedüngt. Das wäre echt doof. Das müsste ich als erstes machen. So, in 15 Minuten startet auch die BGA das erste Mal. Vielmehr wird sie dann gefüttert. Aber das haben wir ja schon reingeladen. Das waren ja knapp 50.000 Liter. Und da bin ich mal gespannt, wie viel die sich davon rauszieht in der einen Stunde. Wenn wir mal einen guten Anhaltspunkt haben, damit uns das Ding auch nicht leer läuft. Dann müsste ich auch nochmal in Forst, denn wir haben keine Bretter mehr. Das andere Feld muss eingesät werden. Zwei stehen zur Ernte. Na, da müssen wir mal ranhauen. Und wie man sieht, unser Kontostand wächst und wächst dank BGA. Zwar immer nur ein kleines Stück, aber immerhin haben wir mehr Einnahmen als Kosten. Das beruhigt doch. So, da wollte ich dann mit dem Anhänger oder mit dem Unimog, wenn er wieder repariert ist, mal aus dem Seedmaster das fertige Saatgut holen und mal einlagern, denn das können wir ja hier bei uns ins Silo packen. hier, ne? Sieht man schön und dann können wir es da dann auch wieder entnehmen. Ja, weil die Frage jetzt wieder ein paar Mal aufkam, es ist hier ein Privatumbau. Vielen Dank nochmal an Kaya, der hat das Ganze hier gemacht für mich und oder für uns, ne, ihr habt ja auch Spaß dran beim Zusehen. Rausgeben können wir die leider nicht. Ja, da kommt noch ein Sägewerk dazu und so weiter, so kleine Umbauten oder zum Teil auch ein bisschen größere. So, warte mal, wie machen wir das jetzt hier? So ein bisschen dichter ranfahren. Ja, warum die Maschinen kaputt gehen, die Frage kam auch. Das ist der Repair Mod, den findet ihr bei Mod Hoster. Ich weiß nur nicht, wie das ist, ob man sich dann in diese Werkstätten und so, muss man sich wahrscheinlich dann selber einbauen, klar. Aber vielleicht geht es dann auch hier so wie mit diesem Ding hier mit dieser Repair Kiste könnte das hier dann auch klappen, ne. So, wie kriege ich die jetzt auf? Lass ich mich nochmal reinsetzen. Frontkiste senken und ich konnte die doch dann auch mal aufmachen. Achso, da mit X. Zack. Ihr seht, da ist allerhand Equipment drin und jetzt reparieren wir mal die Maschine. Nur so ein wenig. Was? Hä? Stolz-Frontlader repariert? Der da hinten? War der kaputt? Okay. Ich brech das mal ab. Ich will ihn ja nur so ein bisschen reparieren und ich hoffe, er hat jetzt den genommen. Hm, komisch. Der hat jetzt 90% genau, hat er den gerade repariert. Ich gucke mal, ob er anspringt. Ja, der läuft, dann kann man ihn gleich in die Werkstatt bringen. gut, ich gehe jetzt natürlich wieder zur Seite fahren. Wieder zuklappen. Soweit ich weiß, ist diese Kiste aber nur zum reparieren. Also ich glaube nicht, dass du damit was auftanken kannst oder so. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Und die Lecks hier am Hof sind leider normal. Das ist aber kartenbedingt, wie die gebaut worden ist. So, in Unimog lass ich noch mal ein bisschen laufen, dass die Maschine mal ein bisschen rund läuft, weil da war ja auch ein bisschen Wasser drin. Okay. Mal hier abstellen. Und wir nehmen uns jetzt das könnte eigentlich auch der andere Traktor machen. Wie gesagt, der läuft noch. Dann springe ich mal einen drüber. Der kommt mal nach Hause. Zugeklappt ist alles, ne? Ja. Naja, der muss ganz schön ackern, ja? Mal Allrad rein, auf jeden Fall. Und dann können wir mit dem Traktor hier düngen. Wir müssen das ja alles ein bisschen planen, dass nicht der falsche Traktor auf dem falschen Feld unterwegs ist und wie die Leistung von den Großen woanders brauchen, ne? Aber auf jeden Fall müssen wir da auch, ich komme jetzt aber hier nicht rum. Sollten, ich hole den jetzt wirklich voll aus. Warte mal. fahren wir hier mal über das Grüne. Damit Allrad eigentlich kein Problem sein. Dann schaffen wir es auch über die Brücke. So. Weil der Weg ist ja doch wesentlich kürzer, ne? Auch wenn es mal die Maschinen total einsaut. Das ist halt dann der Preis dafür. Okay. Ich fahre vorne rum und der geht dann auch gleich mal über den Kärcher. Und wir springen auch gleich nochmal rüber zur BGA und gucken nochmal, ob die vernünftig angelaufen ist. So. Ich muss aber noch wieder einen Traktor hier aus dem Weg fahren. Moment. Das ist echt schade mit diesen Performance Einbrüchen, aber dafür ist eine schöne Karte. Pack ich den mal nochmal hier vorne den stellen. Den ja eh gleich wieder. Hier ist noch Platz. So. Okay. Dem Hahn geht's gut. Auch ohne Henne. Gänse haben wir auch noch nicht. Das kommt auch noch. Machen wir auf jeden Fall diese Gänsemast. So. Aber das können wir wieder rausnehmen. müssen hier auch Kraftstoffspanne müssen wir übrigens auch tanken hier. Mal Hoftankstelle bevor wir den losschicken. Und müssen uns dann noch einen schönen Platz suchen wo wir den Fliegel hinstellen. mit der tollen Farbe die man übrigens gut wiederfindet. so. Aber dem würde ich sagen stellen wir hinten neben den Drescher. Da haben wir ja noch genug Platz. So müssen wir nicht Astrein sein, sondern hier nur mal ein bisschen drüber halten. da haben wir übrigens auch noch eine Anhängerkupplung dran. Finde ich auch ganz praktisch. Was? Ach, Feuerholz. Wie jetzt Feuerholz. Das hier. 795. Okay. Das heißt, wir müssten auch dringend in den Forst. Mist. So viele Aufgaben in so kurzer Zeit. Ich wollte ja nicht heute alles noch schaffen. So. Wir wollen mal einen Schluck Wasser drücken. Ich glaube, ich komme nicht mehr drum rum. Moment. Sorry. Irgendwie hat ein Frosch im Hals. So. So, ich falle jetzt mal. Freilich können wir auch hier drehen, ne? Das müsst ihr eigentlich packen. Ist eigentlich schön gemacht hier der Platz. Ja, der Unimog läuft rund. Wird es wohl schaffen bis zur Werkstatt. So. Ich probiere schon, wenn wir die anderen Maschinen hier alle im Griff haben, dass die alle laufen und rattern. Kartoffeln und Rübenschnitzel, Dingsbums, Wegmachmaschine und, äh, was wir da noch alles so rumstehen haben. So. So, mal abkoppeln. Fällt mir eigentlich auch noch ein Mod runtern an. Oh. Zack. Und einmal schnell zum Düngenstreuer. Streuen ja Kalk. Den muss man ankoppeln. Ich bin noch ein paar schöne neue Mods runtergeladen. Die müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also, das werden wir dann wahrscheinlich so machen, dass der Landmaschinenverkäufer uns dann noch mal ein paar zur Verfügung stellt zum Ausprobieren. Und dann noch mal was für den Forst. Aber müssen wir mal gucken, ob das nicht dann doch eher für die Björnholm passt. Björnholm am Sonntag, ne? Gibt's ja morgen wieder. 54 Prozent. Das reicht, oder? Ich weiß es nicht. Muss jetzt reichen. So muss ich ihn zur Not noch mal auffüllen. Wäre jetzt kein Verkehr hinter uns gewesen, hätte ich noch mal umgedreht, aber so. Fahren wir halt jetzt rüber. Aber ich denke mal schon, das reicht. Der ist eigentlich recht sparsam. Und ich bräuchte mir jetzt einen Traktor mit Schonbereifung. Hat das nicht der Dings fällt mir gerade ein? Da muss ich gerade gleich noch mal gucken. Ähm, unser der Deutz nicht, der andere. Der John Deere. Ich glaube, der hat mir schon Bereifung. Da gucken wir ihm noch mal. Wenn dem so ist, dann würde ich die natürlich dann einsetzen. So, wir fangen aber auch da oben an. Ach, hier gucken wir, was hier noch rumsteht. Mist. Ich muss ihn auch mal abholen, bevor es hier noch geklaut wird. So, ich gucke mal nach der Schonbereifung, obwohl, was mir auch einfällt. Was haben wir denn eigentlich hier gesehen auf dem Feld? Ne, das war jetzt falsch. Warte mal. Hier wollte ich mal gucken. Das war jetzt bestimmt irgendwas Tolles. Wachstum, Fruchtsorten. Zwei und drei Weizen. Weizen ist hier gesät. Ähm, ich überlege nur gerade, weil wenn der nämlich jetzt hier die andere Farbe kriegt, den Wachstum ist jetzt gelb. Jetzt könnten wir den nämlich häxeln. Ich verringere mal die Zeit. So. Okay, jetzt gucke ich trotzdem noch mal kurz, jetzt will ich es nicht mal wissen, nach dem, nach der Schonbereifung. Ob der die hier hat, Gewicht. Ähm, ähm, ich glaube. Oder war das von innen? Der hätte von innen aus so ein bisschen gehabt. Der hat die Tür, Gewicht, da. Ähm, Saatgutrohr hat der noch gehabt, ne? Warnschilder anbauen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der hatte sogar irgendwie Schonbereifung. Ähm, Gewicht, da ausschalten. Und das gucken wir noch mal eben, ob wir hier, bei den Reifen sehe ich jetzt leider nichts. Ne! Geht nicht. Ähm, wir springen noch mal durch, ganz schnell zur BGA. Moment, Moment, Moment. Wird man auch anders machen können, aber jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir ja fast alle durch. Hä? Ah, da so. Die müsste jetzt eigentlich schon was oh ja, guckt mal. Geht immer hin. Oh, da gehen dann 20.000 durch, ne? Bis 9 Uhr ist ja noch ein bisschen hin, läuft ja noch ein bisschen. Gut, YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.